Herzlich willkommen zu einer Folge Fick the Beast. Habe ich keine Fick, Fick the Beast gesagt? Fick the Buds. Nein, wir möchten es nur. Mit Fumachu, Honeybloom und mir dem Fischkopf. Hoi, moin. Das stimmt. Okay, ihr könnt gleich sagen, was ihr macht. Ich mache schnell hier Lava-Pumpen und so weiter. Es geht weiter. Ich habe alles, es geht weiter. Was macht ihr? Ich mache Blast-Furnace aus Multi-Block-Quatsch. Und dafür werde ich jetzt Blaze-Rods verarbeiten zu Blaze-Powder. Und das wiederum vermischen mit Slime-Balls, damit ich Magma-Creme kriege. Ich mache erst mal 6. Mal gucken, ob das reicht. Und dann muss ich hier so machen. So und so und so. Und dann tue ich das da rein. Und dann kriege ich hier 4. Ich brauche aber viel mehr, glaube ich. Aber bevor du das Ding zusammensetzt, sag mal Bescheid. Das will ich auch sehen wieder. Ja, das Problem ist, Honey, haben wir noch irgendwo das Hole-Sand? Nur unten die 10. Mehr nicht. Die sehe ich aber gar nicht. Ah, hier ist noch... Krass. Was ist hier denn los? Yellow Garnet. Kann man auch gelbe Waffen basteln? Das wäre cool. Das will ich haben. Das will... Aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Wo du dir dann neue Thumbnails machen musst. Oh. Das wäre natürlich doof. Das stimmt. Das Mugwi nicht. Nein. Oh, jetzt ruckelt es ab und zu mal wieder bei mir. Ist das schön. Das ist toll, oder? Dann bam, bam. Ich glaube, ich muss noch mehr. Ja, shit. Ich muss noch mehr von dem Zeug holen. Oh nein. Ich muss auch so richtig simpel farm gehen jetzt. 20. Okay. Ich würde diesen komischen Furnace unten im Keller mal anfangen zu bauen. Ja, bitte. Honey, den können wir ja zur Not nochmal wegbauen oder sonst irgendwas. Ähm, fuu. Als das geht jetzt los. Ja, ich würde jetzt mal anfangen. Ich habe wahrscheinlich zu wenig. Ich möchte aber nicht nachzählen. Ich möchte es einfach... Äh? Ich möchte es einfach auf mich zukommen lassen. Aber wenn du... Bevor du den letzten... Okay. Letzte Sache bescheuert. Also, eins, zwei, drei. Es ist dunkel draußen. Eins, zwei, drei. Nein, du kannst doch nicht den hier hin. Was machst du denn da? Was ist denn? Ich habe die doch... Du kannst sie doch nicht... Aber du kannst sie doch nicht. Da macht doch da drüben... Du kannst doch... Ja, ist ja gut. Ist ja gut, Mutti. Komm, wir machen die hier drüben einen schönen Raum. Du kannst doch nicht... Das müssen doch... Du kannst... Das muss aber vier hoch sein, übrigens. Ja, ist ja okay. Okay. Was? Warum? Wieso? Was ist denn jetzt das Problem? Du kannst doch nicht hier mitten in den Raum irgend so ein komisches Grisselding hinstellen. Das Grisselding ist total notwendig für unsere Sachen, die wir machen müssen. Ja. Dann bau doch das Grisselding hier nebenan hin. Bitte. Grisselding? Das Grisselding? Ziehen wir hier eine Wand ein und dann kann das Grisselding sich da hinten verstecken. So, Fuß, geht gleich los. Ich habe übrigens die ganze Zeit... Ich habe nur eine Iron Pickaxe, mit der ich hier Sachen mache. Ja, weißt du, was ich habe? Ich habe eine Stone Pickaxe. Geil. Ne? Ist doch wie bei armen Leuten hier. Deswegen gehe ich gleich mal schön farmen. Sehr schön. Ich habe schon überlegt, ob ich offscreen einfach mal farmen gehe. Wäre eine Möglichkeit, aber ist natürlich nicht so witzig. Witzig? Ja, Farmen ist voll witzig. Voll geil. Oh, guck mal. Perfekt. So, jetzt baue ich das nochmal höher hier. Ich hoffe, ich mache nicht irgendwie unser Haus von unten kaputt. Glaube ich auch. Aber wir müssen ja eigentlich schon weiter sein eigentlich als das Haus selber. Was? Oh, ich bin erschrocken. Boah. Die Hanni sich erschreckt, erschreckt mich immer automatisch mit. Das ist ja auch immer sehr gruselig und schockierend. Oh nein, jetzt habe ich die falschen guten Transports. So. So, darf ich jetzt hier bauen? Ja, natürlich. Hier darfst du dich auspucken, so viel du möchtest. da muss ich mir einfach in den... Also, ich weiß nicht. Wolltest du was sagen? Es ist Nacht. Aber ich glaube, die Sonne geht schon wieder auf, oder? Oder geht die Untergrat? Ach, waterproof. Nein, haben wir Kakteen. Eins, zwei, drei. Ja, aber nur diese Mini-Kakteen. Eins, zwei, drei. Oh Gott. Eins, zwei, drei. Was habe ich gerade gefürzt? Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Ach so. Eins, zwei. Eins, zwei. Oh, shit. Okay, ich brauche noch... Ich brauche... Eins... Oh, das ist SoulSand. Zwei, drei, vier. Ganz viel, ja. Eins, zwei, drei. Hm, ist ja gut. Vier, fünf. Ist da. Sieben, acht. Neun, zehn, elf. Gute Nacht. Eins, zwei. Polizei. Oh Gott, das war krass. Das war doch Zeit, wenn sowas rauskam. Will ich nicht hin, da ist doof. Da ist noch viel döver. Äh, okay, das reicht schon mal. Ich brauche nur noch SoulSand, dann könnte es klappen. Dann könnte es schon bald klappen. Reichen vier SoulSand? Äh, nee, es müssen, glaube ich, äh... Vierzehn sein oder so. Nee, oder... Oder achtundzwanzig sogar. Achtundzwanzig, jetzt habe ich gerade zwölf. Oh, ich habe immer noch kein... Ist aber mal genug. Was ist denn hier... Leute! Was denn? Ihr habt hier alles kaputt gemacht. Hä? Hier bei meiner Farm draußen. Unsere Farm. Ja, das... Wenn dann war das der Fisch... Äh, genau. Wenn dann was der Rischkopf... Genau, der ist schuld. Ich bin doch hier nur im Nether. Ich bin doch hier verbannt worden. Du hast doch vorhin hier alles explodieren lassen. Ich weiß es genau. Und ich spiele jetzt Pätze. Weil der immer alles explodieren lässt. Es ist alles kaputt. So, ich gebe mal ein bisschen Farmen. Ich habe Hunger. Was muss ich hier drücken, um ein Mailpoint? So 51 SoulSand bringe ich dir jetzt mit, ja? Ist das genehm. 51, sehr gut. Wie kann ich ihn in den Waypoint setzen? Ich dachte mit C. Mit M. Aber mit M. Nee, warte mal. Stimmt, mit M. M. Kommt drauf an. Das solltest du dir aber sowieso mal umlegen, weil M auch... Oder auf Punkt? Hm. Genau. Leg das mal auf Komma oder Punkt. Pause. Warum? Den M-Knopf brauchen wir später, wenn wir die Jetpacks haben. Das ist nämlich der Mode-Switch-Knopf. Damit können wir ja zwischen Hover-Mode und rum nochmal... Der Hover-Mode beim Jetpack ist, dass du nicht ganz so schnell aufsteigst. Das ist, wenn du irgendwie meinen willst oder sowas. Sehr praktisch. Oder wenn du nur rumfliegst. Ah ja, der Hover-Mode. Hm, ja, ja. Wirst du dann sehen, wenn wir das Ding haben. Werde ich dann sehen. Du, Fisch. Boah, süß. Komm mal, ist das von dir? Oh, was denn? Was da? Oh ja. Oh, das brauche ich ganz... Oh ja. Warum gibst du mir dann sowas, wenn du das brauchst? Du hast mir das abgenommen, als du mich gehauen hast, weil ich hier irgendwo hingebaut habe. Gewalt. Was ist das hier, Leute? Oh, 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 nein. Oh. Ähm... Oh, oh. Ich hab nichts gemacht. Ich hab nichts gemacht. Wieso, was ist los? Alles gut, alles gut. Well. Ach, ich liebe Farmen. Farmen ist toll. So. Du könntest einfach runtergehen zu den Dings und die nochmal losschicken, ne? Oder wo bist du gerade mit dem Farmen? Ich bräuchte... Wo bist du, äh, lieber... Ja, aber ich brauche auch Lehm. Ich bin da, ich soll in den Keller kommen. Ich komme. Naja, ich muss eh hier oben noch Sachen bauen. Ach so, Soul Sand. Kannst du mir das geben? Hier, ich... Äh, klar. Wo denn? Eigentlich brauche ich Eisen. Oh. Ja. Ah ja. Thanks, Dude. Oh, sieht schön aus hier unten. Das Holz mit dem Ziegel, das ist cool. Ja, und der wollte da einfach so ein komisches Ding da in die Mitte klatschen. Ne? Dach ich auch. Was ist denn mit euch? So, wo bauen wir denn in Zukunft unsere Maschinen hin? Hier unten? Oder? Ich dachte auch unten... Wo soll ich denn den Lavatank hin? Wo möchten wir denn den Lavatank haben? Oh, shit. Okay, alles gut. Äh, puh. Puh. Ja? Komm mal schnell. Komm mal schnell. Wenn das jetzt alles... Wenn das jetzt richtig ist, wie ich mir das überlegt habe, dann wird das jetzt hier gleich fertig gebaut. Und zwar so, so. Ja, sieht voll cool aus. So. So, so, so. Wie hoch aus kann das sein? Ja, vier hoch. Okay. Ah! Nee. Okay, es hat nicht funktioniert. Hast du unten in der Mitte den vergessen? Mal da. Aber es soll hohl sein. Aber der Boden muss drin sein, ne Bodenplatte, oder? Ah, jetzt. So. Es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Ja. Okay. Und jetzt muss ich nur noch, hoffentlich. Nein. Nein. Wofür habe ich eigentlich den Blast-Fundes nochmal gebaut? Um Stil zu machen. Stil-Ingots. Wä? War ich doch schon mal. Oder doch? Oder nicht? Aber ja, aber nein, aber ja. Äh, gut. Aus Ermangelung eines besseren Ortes baue ich das Ding jetzt einfach hier. Stil-Ingots. Oh Gott, es gibt zwei verschiedene Stil-Ingots. Jetzt ist der Fisch überfordert. Oh oh. Es, 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 ich kriege einen zu viel. Wir brauchen noch eine Crowbar. Crowbar Half-Life. Oh, ist das eine Hunde auf Half-Life dabei? Oh nee, jetzt, weißt du was? Jetzt kriege ich, ich habe, ich habe keine Lust mehr. Ich habe einfach keine Lust mehr. Warte mal, was ist denn das Problem? Was ist denn jetzt schon wieder? Ja, weil wir jetzt eine Crowbar brauchen. Und dafür brauchen wir rote Farbe. Und den ganzen anderen. Was ist denn hier? Aber rote Farbe ist ja easy. Ey, fu, 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 fu. Das solltest du, also da wird dich die Honey verprügeln. Aber euch ist auch jetzt nichts mehr. Was? Ich habe dreimal gefragt, was es für Vorschläge gibt. Ich, okay, ich habe nur einmal gefragt. Aber ich habe es jetzt dahingebaut. Wir können das immer versetzen. Wer will denn mich jetzt verprügeln? Äh, was? Warum ist denn das? Warum geht es denn gerade? Alles gut. Ich muss, ich pumpe ja jetzt Lava aus dem Nether. Vielleicht sage ich das auch nochmal, um die Leute, was ich hier die ganze Zeit mache, seit drei Folgen. Wir möchten Lava rüberpumpen. Im Nether ist die ja zu Genüge zur, äh, steht die zur Verfügung. Oh Gott. Und damit einen Geothermal Generator zu machen. Blablabla. Was ist das denn hier? Die Lava muss ja irgendwo ankommen, deswegen ist das jetzt erstmal im Keller. Ja, aber du kannst tun und lassen, was du willst. Solange du das nicht in diesem einen Raum machst. Ja, genau. Genau da. Nein! Wir haben da nur drei Räume und zwei davon sind schon ziemlich voll. Aber ich will das erstmal machen dann. Ich kümmere mich danach ums Bauen mal. Ja, 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 ja. Nein, danach kenne ich. Ich rufe dich danach an. Und, und, danach komme ich vorbei und, ja, danach. Okay, Freunde, ich habe jetzt eine Crowbar. Sehr gut. Ich habe, die muss ich mal in die Hand nehmen. Das sieht bestimmt geil aus. Oh yeah! Roar! Okay, ganz cool bleiben. So. Wie mache ich nochmal? Okay, ich brauche Kohle. Ich brauche Eisen. Ich habe, ich habe ein bisschen Eisen und jetzt ist ein bisschen Eisen oben im... Ah! Wir haben, ich bin ja unterwegs. Wir haben generell sehr wenig Eisen. Oh mein Gott. Oh Gott. Wir brauchen Kohle. Oh Gott, wir haben keine Kohle mehr. Doch. Echt nicht? Doch, 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 doch. Ich glaube, wir haben noch Nether-Kohle. Aus Beeswax, Mist. So. Ah, Glitter. Das wird wieder nicht geben. Hat irgendjemand irgendwo schon Kakteen gesehen? Äh, nee, aber wenn ich welche sehe, bringe ich sie mit. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Ich brauche Charcoal. Ich brauche Char... Ich brauche... Bin ich so. Ja, Charcoal. Oh. Muss ich das jetzt irgendwie in der Folge noch hinkriegen, wenn ich vorhabe. Ich drehe durch. Ich drehe hier echt gleich hart am Rad. Oh, da hinten ist Kohle. Oh. Oh. Kein Grund durchzudrehen. Doch, ein bisschen. Alles ist gut. Wo ist noch Stil? Brot. Usa. Brot. Brot. So, was muss oben sein, was muss unten sein? Äh, die Frau oben und... Oh. Heyo. Okay, brauche ich jetzt tausend Crowbars? Ich weiß, ich verstehe gar nicht, warum man eine Crowbar verbrennen muss, damit man Steal-In-Gits kriegt. Ich glaube, die Crowbar... Nee, du kannst da was anderes reinmachen. Das ist total egal, was... Genau. Du musst keine... Ich brauche keine Charcoal. Ich... Du musst da nur irgendwas reinmachen. Ja, aber warum... Och, Mann. Ich weine. Ich versch... Weine nicht. Kleines Mädchen. Ja, genau. Dasselbe hinauskommt. Ja, 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 genau. Oh. Ey, Leute, jetzt habe ich mich... Jetzt habe ich vier Folgen lang, habe ich irgendeinen Quatsch gemacht, der immer falsch war. Ich kümmer, das geht nicht. Last Fairness. Ich tue da unten Kohle rein, oben ist das Ding. Es geht nicht. Es geht einfach nicht. Es geht... Es will ein... Oh, oh. Vielleicht geht irgendwas zu Bruch bei ihm. Weil er mal wieder voll den Ausweis zurückkriegt. Ja, aber ich habe das Ding auch noch nie gebaut. Ich würde gerne helfen, aber ich habe von Fiekbeest so viel Ahnung. Ja, immerhin steht jetzt hier so ein geiler... Last Fairness. Schreibt es in die Kommentare, was man... Aber hübsch hier. Von dem wir nicht wissen, was der macht. Smelting. So. Oh, oh, oh. Teal Pickaxe? Was ist denn? Ein kleiner See, da könnte ich vielleicht nochmal Glück haben. Ah, ein bisschen Glück. Ein bisschen Glück. Oh, ich brauche auch ein bisschen Glück. Ein bisschen Glück muss sein. Steel Inget mache ich aus Basic Plating bei Shaped Crafting und es geht einfach nicht. Es geht einfach nicht. Was möchte Steel Inget? Ja, eines Tages hätte ich wahnsinnig gerne in Steel Inget, aber es geht einfach nicht. Silver. Vielleicht. Und Steel... Das ergibt doch gar keinen Sinn, dass man das aus diesen... ...Nichts macht. Ich habe Kakti gefunden. ...Wey! Okay. Aufmerksamkeit zurück auf euch. Crowbar. Was ist eine Crowbar? Was ist das denn? Ich habe nicht gesehen, dass es eine Crowbar ist, aber das ist Bullshit, was da ist. Wenn du das da... Ja, die Crowbar zählt dann sozusagen nur als Brennmaterial. Also vermute ich... Nee, nee, nee. Unten ist eine Kohle und oben ist eine Crowbar drin. Oh, guck mal. Behaupten die, in dem Smelting Quatsch... ...ä... ...in diesem Ofen, den ich gebaut habe, kann man da wohl Steel Ingets draus machen, aber das stimmt nicht. Mach doch einfach Steel Inget aus. Na, jetzt bin ich gespannt. Haben wir einen Industrial Blast Furnace? Nein, wir haben ja einen... ...wir haben ja einen normalen Blast Furnace, den müsst ihr ja reichen. Ja, du musst Sachen ein... Also, du musst... Ich glaube, du hast den falschen Steel Ingets ausgewählt, kann das sein? Nimm mal den vierten, nicht den ersten. Weil da kannst du nämlich Sachen einschmelzen. Ja, aber die Sachen machst du, indem du erstmal diese Steel Ingets dafür benutzt, um sie zu machen. Ach so. Dass da unten drunter ist, dann nur was du benutzen kannst. Ach so, das ist ja Stil. Ach, das ist ja Stil, das ist ja Stil. Ich habe ja gar nichts gesagt. Und wenn man da drauf drückt, dann kommt man wieder in diesen Kreis ab. Das gibt alles keinen Sinn. Das ist von Scheiße. Industrial Blast Furnace, Alloy Smelter, Sturkets, Stil Dust? Das Programm zeigt uns einfach nicht wirklich, wie man Stil Ingots macht. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Also, Stil Ingots. Stil Ingots are produced by the Blast Furnace from the Iron Inget and either one coal, coke or four charcoal. Sag ich doch. Warte mal, warte mal. Alternately can be used in industrial Blast Furnace, blablabla. Ich brenne jetzt Iron Ingots in dem Blast Furnace. Genau. Und wenn das jetzt nicht geht. Und unten charcoal rein. Hab ich. Oh krass. Der braucht aber viel Kohle. Ja, vielleicht können wir den dann gleich mit der Lava antreiben, die ich irgendwann mal in 100 Jahren hier hinkriege. Die machst du auch direkt erstmal in Tanks, ne? Ja, ja, genau. Also, wir können auch direkt Generatoren dranhängen, aber die wird erstmal in... Uh, das sieht aber schön aus, dass hier brennt. Das ganze Haus brennt. Oh, ist das schön. Ach, jetzt kann ich hier nicht. Schönes Feuerchen. Wie, jetzt geht da keine normale Kohle rein? Leute, jetzt geht da keine normale Kohle rein. Ja, da geht nur Charcoal rein. Das stimmt. Hab ich ja gesagt. Ich muss runter. Und ich muss runter. So, äh. Hier sind ganz viele Bricks. Diese Folge bei mir auch total fählig. Ich bin jetzt nur rumgelaufen, haben die scheiß Pipe Waterproof da geholt. Immerhin ist es gleich vorbei. Mehr als ich. Ich hab Lehm gesammelt. Oh, was ist das? Oh, was ist das? Was ist das? Was denn? Da ist ein leuchtender Ball in der Luft. Oh, das ist ein Wisp. Vorsicht, der greift dich an. Oh, die sind gefährlich. Ja, die sind gefährlich. Vorsicht, Vorsicht. Ja, geht so. So richtig gefährlich sind sie nicht, aber nervig. Doch, hammergefährlich. Ja. Oh, bist du süß. Wie so eine Fee. Anni hat einen Freund gefunden. Ui. Da greift mich gar nicht an. Ihr lügt doch. Die schwindeln alle, ne? Nein, nö. Du bist so ganz brav. Ich würde das so gerne sehen. Aber da kann man ja bald hier auf den Kanal gucken, ne? Genau. Also, jetzt habt ihr ihn verkrawelt. So, und damit die Folge bei mir auch noch zum Abschluss findet, werde ich jetzt die Verkabelung im Nether machen, bevor ich den ganzen anderen Kram mache. Ja, nur damit man sieht, dass es funktioniert. Das würde ich aber auch gerne sehen. Aber die Folge ist wirklich jetzt, jetzt vorbei, du. Nee, die muss noch vier Minuten gehen. Vier Minuten, Alter. Das ist voll überzogen. Okay, wir können ja mal. Die Leute schalten ab, die deabonnieren uns. Können ja auch mal verlängern, ne? Können wir auch mal machen. Ja, aber das kostet. Was das kostet. Ja, da muss man vorher anmelden. Unser ganzes YouTube-Geld. Das muss man vorher anmelden. Das geht so nicht. Ich meine, das alles, was wir verdienen, kloppen wir jetzt wieder raus in den vier Minuten. Also, übrigens, übrigens haben wir auch gestern, äh, gestern, haben wir gerade nicht erzählt, dass wir hier aus Versehen heimlich die Kabel gelegt haben zum Kompressor und da haben wir dann aus Iron, jetzt haben wir Iron Blocks gemacht, so. Äh, jetzt haben wir eine Crowbar übrigens. Cool. Mit der wir nichts machen können. Wie hat das denn geklappt mit dem Stahl? Mit dem Eisen? Naja, konnte ich jetzt noch nicht sehen, weil, weil ich ja erst noch mal Charcoal machen muss. Ach so, okay, verstehe einfach. Hihihi. Hihihi. Äh. Das war ja jetzt witzig. Ja, ich fand's auch total lustig. Meine ich eigentlich gar nicht, aber trotzdem. Witzig. So. Das hier, nee, andersrum, ne? So. Ist eigentlich wahrscheinlich total egal. So, mach hinne hinnerk. Ich bin total gespannt auf diese Nether-Lava-Hin-und-Herschick-Geschichte. Ja, das können wir gleich am Ende der langen Folge, das ist ja jetzt auch die letzte der Aufnahmesession, da kann ich ja mal ein bisschen länger werden. Oh, langen Zeitfolge hier. Da kann man das dann gleich mal alle zusammen angucken, das war blöd. So. Das heißt, jetzt wird hier in diesen Tank Lava reingepumpt. Wenn alles gut geht. Moment, ich brauch noch Redstone-Torches, die ich hier irgendwo gesteckt hab. So, und das Ding brauchen wir auch noch, den Chunk Loader. Ich erzähl einfach irgendwas, ne? Ist in Ordnung. Ja, ja, ja. Denn der Chunk Loader ist eine bessere Version des World Anchors, den wir auch schon gebaut haben. Haben wir noch nie gebaut. Denn der... Oh, nein! Nein! Dein Garst! Komm, bitte jemand mit Cobblestone! Oh, nein! Verpiss dich, Garst! Wenn du mir jetzt mal hier meine Apparatur kaputt machst. Dann... Wann? Bin ich auch gespannt, wie die Drohung verendet wird. Dann wäre das voll schade. Sei doch nicht so gemein. Wäre voll blöd von dir. Ich habe nichts dabei, woraus ich jetzt hier irgendwie einen Schutz bauen kann. Kackwurst, Scheiße. Doch, ich kann Gitter bauen. Dann bau doch schnell was ab, damit du es dann da wieder hinbauen kannst. Ja, aber im Nether gibt es nichts Feuerfestes, glaube ich. Was? Aber sind dann nicht alle total feuerfest und alles? Nee, die... Die... Garst ballern doch die... Komm, bitte, den hier so rum. Den normalen Netherrack. Hauen die weg. Ist... Ist apathie, oder was Tolles? Oh, shit! Oh, shit! Nicht in die Lava fallen. Nicht in die Lava fallen. Nicht in die Lava fallen. Ich habe sehr wertvolle Sachen dabei. Sehr wertvolle Sachen. Schnell weglegen, bevor ich sterbe. Zumindest das. Oh, Gott. Und ich bin... Do! Hey! Oh, yeah! Wuhu! So! So, hallo! Der nackte Fu Manchu! Wuhu! Oh, warte mal. So. Was ist denn Apathite? Das ist eine Krankheit. Oh, ist das ansteckend. Fu! Fu! Es funktioniert auch nicht. Ich sterbe gerade in der Wand. Oh, ich weiß nicht. Zu Recht. Oh, puh. Gerade noch... Blast für das. Blast für das. Gib mir bitte Stil. Wollt ihr mitkommen und gucken? Nee, nee. Nee, ich will jetzt... Ich starre jetzt hier drauf, bis das Stil-Ingels rauskommt. Sonst platze ich. What? Ach so, das ist das kleine Funkelvieh. Bitte, bitte, bitte. Dein neuer Freund. Ja. Ich fühl dich nach Narnia. Wurde ich umsonst Basic Plating gemacht und ne Crowbar und Kompressoren und... Ach, das kommt wirklich schlecht. Die bin ich gestorben. Ich starb bestimmt noch. Wofür war denn nochmal die Crowbar? Ich weiß es nicht mehr. Tut mir leid, aber ich muss sie mitnehmen. Was denn? Die hast du, glaub ich, gebaut, weil du dachtest, du brauchst die, um Stil-Ingels herzuhalten. Nee, aber wofür man die braucht, so im richtigen Minecraft-Leben, wenn man nicht einfach nur so baut. Ich weiß noch, ich hab das mal in einem Video gesehen. Duncan hat damit irgendwas gemacht, aber ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht mehr was. Ich weiß auch nicht. So, jetzt entspannt. Und? 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 Oh mein Gott, Stil-Ingels. Oh, endlich. Oh, Wahnsinn. Yes. Das Problem ist... Oh nein. Es gibt keine Probleme. Nee, nee, das Problem ist, das braucht unglaublich viel Charcoal. Ja, wir müssen die Versorgung dann... Was ist denn Charcoal? Und das dauert auch ewig. Charcoal machst du aus... Also, wenn du Holz mit Holz verbrennst. Holzkohle heißt das, glaub ich, in echt. Ach, das ist das. Ja, ich verstehe. In echt. Und dafür bräuchte ich jetzt noch Rohholz. Hat jemand Rohholz, gerade am Frau? Müsste unten eigentlich alles... Ey, kleiner Mann. Oh. Hanni, jetzt nimm deine Hand doch weg. Eww. Eww. Da müsste eigentlich unten in den Tun drin sein, so pures Holz. Aber ich bring dir noch was mit. Weiße, und ich hab meine Diamond Pick verloren. So, und jetzt brauchen wir die Plate-Pending-Maschine, Freunde. Pending? Werf den Purschen zu Poten. Nee, doch nicht, doch nicht. Alles gut. Pöse Pursche. Oder? Ich hätte sogar ein Jetpack. Ah, okay. Okay, ich brauch einfach nur vier. Ich hätte gerne, ich möchte bitte, ich will... Oh, Mann, Mann, Mann. Immer das Gleiche. Ich sag's doch nur laut vor mich hin. Das ist... Das meinte ich doch gar nicht. Da kann doch eigentlich den Fuh. Fuh, Mensch. Äh, Fisch, Mensch. Ach, verdammt. Oh, shit. Soll ich das machen? Äh, wo ist denn? Oh, hier ist noch eine Kiste. Oh, ist das alles so... Unbefährlich. Hier sind noch die Kompressoren. Da tue ich auch die Crober rein und das Blaze-Powder und die rote Farbe. Übrigens habe ich aus Versehen vorne die roten Pflanzen weggenommen. Ups. Aber... What? Aber... Ja, das war wichtig. Das war wichtig. Oh, Mann. Ah, da hat sie jetzt zum Glück aber in dieser Folge ja nicht ausgemacht. Das ist ganz gut. Das ist ganz praktisch. Was ist was? Für so Aufnahmen. Naja, Bibi hat sich wieder gemeldet. Ach so. Bibi Blocks. Ja. Ach so, Holz wollte ich holen. Jetzt geh ich erst mal gucken, was ihr da unten angerichtet. Ich wehe. Lass ihn doch... Oh, Mann. Ja, aber was willst du denn da... Was ist denn... Aber ich habe doch hier ganz andere Pläne und ihr macht meine ganzen Hände kaputt und... Ja, ich finde auch, das könnte man anders, aber irgendwie... Aber der Ball sieht ganz hübsch aus, der hier hoch und runter... Ja, das ist der Endertank, den ich gerade in Millionen Folgen gebaut habe. So, aber dann genau, guck den mal an, denn jetzt wird es interessant. Warte, warte, warte. Oh nein, hoffentlich habe ich meine Redstone-Engines aufgehoben. Oh, Gott. Wenn meine Redstone-Engines in die Lava gefallen sind, dann müssen wir welche... Ah, hier sind sie sehr. Dann müssen wir welche mitbringen. So. Warte, noch nicht. Ich will es auch sehen. Ich will es auch sehen. Was ist denn hier im Nether oder das... Oder ihr müsst eigentlich auf der anderen Seite gucken. Ja, da wollten wir ja gucken. Da will ich ja jetzt hin. Moment. Okay. Wir sind eigentlich schon soweit. Wir brauchen noch das und eine Redstone-Torch. Warte, passiert das jetzt oder noch nicht? Moment, es passiert jetzt, ja. Moment, Moment. Moment, 5 Meter. Warte mal so. Wo bist du denn? Ja? So, jetzt. Jetzt, jetzt. Achtung, jetzt. Oh. Lava kommt an. Ich hoffe, es kommt Lava auf eurer Seite. Ganz schnell. Wow. Ja, ja, deswegen muss da gleich der Tank noch angeschlossen werden. Da war ich jetzt aber zu faul zu, weil es schon ewig gedauert hat, überhaupt das hier zu bauen. Krass. Das ist ja mal cool. Was macht das? Naja, wir brauchen jetzt diese Lava, damit wir damit Strom machen können. So. Cool. Und wer noch interessiert ist, ganz schnell, wir bauen hier noch so einen Chunkloader hin. Den macht man so an, Radius 2. Wir machen mal Show Lasers. Dann sieht man nämlich, welche Chunks der lädt. Und, oh, und das ist ein bisschen groß. Genau, Honey, ein Chunkloader ist sowas, das du irgendwo hinbaust, damit da die Welt weiter Welt ist, auch wenn da keine Spieler sind, weißt du? Genau, obwohl keiner in der Nähe ist. Okay, wir müssen doch auf 2 gehen. Der sieht ja krass aus mit Gold und alles. So. Und hier brennt mein Shit. Okay, warte. Jetzt machen wir das zu. Ist nie wieder an. Chakul, Chakul, Chakul. Ist die Folge jetzt nicht langsam mal echt ein bisschen lang? Ja, die Folge ist halt eine etwas längere Folge. Das ist die super Sonder-Special-Folge. Na gut. Oh ja, jetzt habe ich 4 Stealed-Ingets. Und daraus sollte ich eigentlich aus der komischen Maschine, die ich da oben gebaut habe, so eine Steel-Plate machen können. Und jetzt wird es spannend. Jetzt wird es spannend. Oh. Okay, die brauchen noch Energie. Ja, alle tolle Sachen macht. Und zack, zack. Zack, zack. Ja. Click to craft. Ich klicke doch. Yes, geht los. Was craftest du? Ich, no, diese Steel-Plates. Hat doch gesagt. Dafür brauchen wir die. Achso, für die Quarry immer noch, ne? What? Yes, komm schon. Komm schon. Ja. Ja. Oh mein Gott. Ich habe Steel-Plates gemacht. Oh, er hat Steel-Plates. Okay, wofür waren die noch mal? Ja, 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 ja. Geil. Wofür waren die noch mal? Hauptsache haben. So, warte. Quarry. Diamond Drill. Drill. Okay. Geil. Ich kann ein Drill machen. Nee, noch nicht ganz. Oh, mir fehlt eine Steel-Plate. Vor allen Dingen haben wir dann einen Drill, ne? Alter. Ja, aber wir brauchen ja nur einen. Wir brauchen ja nur einen. Achso, ja gut, aber ich hätte auch so gerne einen irgendwie so. Ja, aber das kannst du dann vielleicht in den nächsten zwei Wochen machen. Eben, machen wir in den nächsten 200 Folgen. Mhm. So, ich habe jetzt noch ein bisschen Charcoal geholt. Die tue ich doch in den Dings da, Furnace, Quatsch. Oh, jetzt wird es langsam kompliziert hier alles. Oh, nee, das stimmt ja gar nicht, was ich da mache. Äh, Charcoal hier rein. Dann noch einen hier rein. Auch dann kriegst du hier so eine... Dann noch viel mehr Charcoal. Lässt du da vielleicht einen Durchgang noch? Ja. Ich mache sogar einen hübschen Durchgang für dich. Einen hübschen? Ja, wobei der jetzt gerade falsch war. Kriege ich auch einen Spind? Spind? Ein Spind? Mit deinem Namen drauf. Ja. Oh, shit. Und Fotos von Frau Fischkopf. Frau Fischkopf. Innen drin reingekriegt. Genau. Oh, oh. Schöne Grüße, Frau Fischkopf. Es gibt... Ich habe mal eben schnell einen Pandor hin. Okay, ich glaube... Das reicht jetzt auch mal langsam mit der Folge. Die wird viel zu lang. Ehrlich. Wir haben aber auch viel erlebt. Guck mal, jetzt ist das Ding hier voll. Puh, puh. Warte, ja, ich komme. Nicht, dass das Ding hier überläuft. Du musst hier das in den Tank. Wenn hier alles in Brand... Dann, dann, dann... Ich komme mit einem Tank, aber wir brauchen noch, äh... Was brauchen wir? Hier Kram. Eine Wooden Pipe. Alter, denkt dran, wir müssen diese Folge auch rendern und hochladen. Soll ich das noch in der Folge machen oder soll ich das offscreen machen? Was denn? Da den, den, den... Ich meine, die Tanks sind ja da. Ja, also wäre schon schön, wenn man sieht, aber pfff... Ja gut, dann wartet noch eine halbe Sekunde. Aber nur eine halbe. Okay. Denn hier ist waterproof. Da müssen wir schnell eine, ne, ne, ne... Wooden Pipe machen. Oder haben wir irgendwo eine Wooden Pipe zufällig rumliegen? Gobblestone Transport Pipe. Ja, Wooden Pipe sind doch in dem einen... Irgendwo sind welche. Don't Transport Pipe. Komm schon, komm schon, komm schon. Glaube ich zumindest. Ähm, 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 äh, so und dann, äh, so und, äh, Holz. Habe ich jetzt Glas dabei? Habe ich gar nicht geguckt. Shit. Jemand, hast du Glas anbei gerade? Ecke? Ja? Nee. Dette ist alle, alle, wa? Ecke, ditte, kicke mal. Oh, Fläsch und Bene. Ecke, ditte, auch. Gibt's da auch Batterien? Äh, ja, da sind noch zwei drin, glaube ich. Ja. Ja. Okay, habe ich noch Circuits? Sind hier noch Circuits? Ja. 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 E-Dex. Oh mein Gott, Leute, wir sind kurz davor. Leute, wir sind ganz kurz von der Diamond-Dill. Es hat auch nur 200 Folgen gedauert. Richtig. Aber jetzt, was gut Dinge will weile haben, oder was? Oh, wenn jetzt da unten... Das lange Wert wird endlich gut. Oh. Meinst du, steht schon in Flammen? Nee, das... Die Waterproof-Dinger, da verbrennt nix. Komm schon, komm schon, komm schon. Yes. Okay, Leute. Das müssen wir jetzt auch noch... Oh Mann, wir hätten doch einfach noch eine machen können. Ja, das stimmt. Verdammt. Das stimmt. Gut uns ja auch leid, Leute. So, und ich bin aber jetzt auch fertig. Und dann komme ich gucken, was der Fisch da macht. Hier, Rolling Machine, da packe ich jetzt hier die Steel-Ingels rein. Das sieht voll schön aus, wie so ein Kamin. Ja, ne? Mhm. So, jetzt kriegen wir gleich Plates. Wow. Wo kommt das denn raus? Fliegt das einfach so raus, oder? Was kommt der denn überhaupt raus? Wo denn? Was denn? Jetzt ist er aus. Ach so. Ja, weil der keinen Dings mehr hat. Kein Treibstoff, keine Charcoal mehr. Nö, das kommt da gar nicht. Das ist halt ganz normal wie ein Furnace, nur halt viel klobiger und riesiger, ne? So, ich hab jetzt aber in der Rolling-Maschine, hab ich jetzt nochmal aus Steel-Plates gemacht. Die nehm ich da jetzt raus und dann bastel ich und wer möchte, kann zusehen. Ne, warte mal. Hä? Äh. Äh. Sollen wir das vielleicht in der nächsten Folge machen? Da war, glaube ich, die Anmerkung, die ich gerade machen wollte. Ich baue es gerade zu Ende. Jetzt in diesem Moment. As we speak. Zack, zack, zack. Und. Oh, oh, oh. On the fly. Oh. Leute. Was denn? Guck mal. Oh, ich muss bei mir lexer. Guck mal hier. Was denn? Guck mal hier. Seht ihr das? Wow. Oh, ein Drill. Oh, cool hier. Das hat sich gelohnt, ne? Das hat sich gelohnt. Oh, Leute. Okay, jetzt ist diese Folge endlich mal vorbei. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn's euch gefallen hat, bitte gerne ein Däubchen hoch und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.